Ich heiße Manuela Knüppe. Herzlich willkommen an der Lotto-Annahmestelle hier am Kaufmannsladen in der wunderschönen Altstadt in Osnabrück. Das Besondere an meinem Arbeitsalltag ist ganz einfach, dass man mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu tun hat, die immer wieder anders sind. Man erlebt immer wieder neue Sachen. Was mich glücklich macht, ist, dass man jeden Tag nach seinen Bedürfnissen lebt und dabei einfach authentisch bleibt.